Die First Lady hat angedeutet, dass Joe Biden wohl noch einmal zur US-Präsidentenwahl antreten wird. Die entsprechende Ankündigung sei nur noch eine Frage der Zeit und des richtigen Ortes, sagte sie. Er sagte, er ist noch nicht fertig und hat noch nicht alles geschafft, was er wollte. Das ist es, was wichtig ist. Denken Sie nur daran, was er bereits erreicht hat. Er hat uns aus dem Chaos geführt. Er wurde gewählt, weil die Menschen starke Führung wollten. Das haben sie in Joe gesehen, in seinem Charakter. Sie haben seine Integrität gesehen. Als er ins Amt kam, wusste er genau, was er wollte. Joe Biden wäre am Ende seiner zweiten Amtszeit 86 Jahre alt.